guten morgen an den alle zuschauer des heutigen und jetzigen jfd live trading tv ist hier am mittwoch 19 august 10 40 wir wollen auf den markt schauen und der dax zeigt sich sichtlich schwächer und das zugegebenermaßen erst mit leichter verzögerung wir hatten den dax ja auch gestern schon fokussiert und unter der annahme dass wir hier nochmals abtauchen würden abtauchen sollten waren hier ja niveaus unter 10.800 durchaus temporär möglich das haben wir wie gesagt jetzt dann im laufe der vorbürslichen indikation schrägstrich der nacht session erlebt hier gibt es einen kleinen chart bug aktuell deswegen hier ein stück weit unsauberes charting hier im intraday verlauf ändert aber nichts an der tatsache dass eben hier niveaus im ausdehnungsfall bis 10.700 durchaus einkalkuliert werden durften faktisch ist natürlich das bild jetzt ein stück weit verschoben beziehungsweise angeschlagen aus bullischer sicht das sah ja hier zunächst nach einer stabilisierung aus mit kleinem fake out hier am 17 um dann praktisch hier nach oben zu gehen aber erinnern sich an das gestrige video auch im sinne der bullischen harmonie die wir auch gestern noch veröffentlichten ein spike nach unten ist durchaus legitim also 10.700 ist legitim faktisch aber und da gehen wir gleich mal in den tagesschart darf es hier nicht wesentlich tiefer gehen also 10.800 ein stück weit unter 10.800 hätte auch gereicht nein es geht aber noch hier deutlich ein stück tiefer faktisch jetzt hier auf das level achten vom achten siebten sie wissen es 10.650 rund plus minus ein paar pünktchen da sollten wir auf jeden fall nicht runter gehen das heißt mit der aktuellen schwäche ist der abwärts spielraum nach unten sicherlich noch nicht gänzlich vorbei der verkaufsdruck kann sich weiter fortsetzen muss aber nicht hier ist es vielmehr jetzt an der zeit möglicherweise tatsächlich auf eine erholungsbewegung noch vor dem tief vom achten siebten zu setzen also das ist hier definitiv die annahme dass der markt jetzt hier eben nicht weiter nach unten durchsagt sondern sich hier stabilisiert wir stehen natürlich und das wissen sie auch vor einer unmittelbaren negativen saisonalität der markt hier aktuell technisch in 34 14 perioden das heißt hier kann natürlich auch noch deutlich was nach unten kommen rein saisonal erwarte ich hier auf jeden fall deutlich noch tiefere kurse die hier im september oktober einzug halten könnten aber meines erachtens nicht unmittelbar also hier ein erholungsimpuls sollte nicht überraschen und der meinung bleibe ich eigentlich so lange bis wir kein neues verlaufstief machen also es schon wichtig dass wir nicht unter das tief vom achten siebten fallen wenn das passiert dann muss man natürlich obacht geben ob es hier ein kleiner fake outet also ein spike nach unten und der markt doch wieder hoch zieht aber rein eben hier auch von der harmonischen ausrichtung her ist es nicht notwendig es würde hier reichen praktisch die bullen auf dem weg in süden abzuschütteln um dann jetzt hier ein erholungsimpuls zu starten der aber und das ist auch wieder der impuls beziehungsweise die ansicht der hier nicht zwingend zu einer großen trendwende führen dürfte sondern vielmehr korrektiv also im sinne eines technischen erholungsimpulses zu sehen wäre der eben hier dann oben im bereich 10.350 11.350 11.400 punkten stoppen müsste wir haben morgen einen sehr sehr bullischen tag das wissen sie heute eher mau beziehungsweise keinen wirklich signifikant starker wert aber morgen haben wir es hier rein statistisch mit blick auf die letzten 52 handelswochen eben einen wert von über 65 prozent und das lässt hier dann schon mal mutmaßen dass wir hier bald fertig sein dürften auf der südseite interessant auch dazu das korrelationsverhalten euro us dollar auch hier ist ihm bekannt diese negative korrelation also vielmehr wenn der dax ansteigt verliert der euro us dollar und umgekehrt und das ist natürlich eine situation wo man auch augenmerk geben sollte der euro versucht sich ja hier in rot dargestellt an einer stabilisierung der dax befindet sich in einem abwärtstrend hier kann es beim euro us dollar auch noch mal zu leichten rückschlägen kommen wir werden den nachher nochmals entweder per stream check oder per videoanalyse kurz auseinander nehmen denn wie gesagt wenn der dax sich kurzfristig erholt dürfte das den euro noch mal schwächen das wären dann aber sowohl als auch beim dax in den erholungsimpuls hinein mögliche short chancen beim euro us dollar in den korrektur impuls konsolidierungs impuls dann mögliche long chancen und die wollen wir wie gesagt auswerten also beim dax kann es noch ein stück spike nach unten gehen noch ein bisschen angst schüren dann wäre der index aber bereit für eine erholungsbewegung einen direkten durchrissacker nach unten kann ich mir aufgrund der vorangegangenen verluste jetzt eben nicht vorstellen da spekulieren vielleicht auch ein stück weit zu viele marktteilnehmer drauf aber sie dürfen ja nicht vergessen was hier bis jetzt zerschlagen wurde wir haben im prinzip rund noch nicht ganz aber rund 1000 punkte verloren 900 punkte und das ist natürlich innerhalb der kurzen zeit schon eine große hausnummer und sicherlich sind viele bären jetzt hier bestrebt eben genau das anzunehmen dass es hier weiter nach unten geht aber wie gesagt die annahme hier einen kurzfristigen erholungsimpuls zwischengeschaltet zu sehen ist hier eben genau des spekulations sinne wir haben hier auch bevor es dann nach oben rausgeht dass wir auch eine indikative signalgebung wenn wir hier das level von 10.955 überwinden dieses level hier eben auch als eins der unterstützung jetzt widerstandsaktiv wir haben auch hier sehr schön gesehen am 12 und am 14 wie dieses level hier per tages schlusspreis gehalten wurde intra der ging es drunter und dieses level ist jetzt hier auch so ein gretchen level für den fall dass wenn der index darüber hinaus zieht wäre eine weitere erholung zu erwarten das muss man erwarten und deswegen nehmen wir auch hier direkt die zahl schon mal rein größer als 10.955 grad per tages schluss dann warten hier sicherlich drei 400 punkte weiteres aufwärtspotenzial nach unten müssen wir wie gesagt aufpassen dass wir nicht unter die 10.650 zurückfallen das wäre definitiv kein schönes signal wir haben zwar hier einen leichten unterstützungsbereich bei 10.6 aber der hat hier eher psychologische natur aufgrund der runden hausnummer und des leichten unterstützungslevels was wir hier eben gesehen haben aus dem preis geschehnissen hier vom jahresbeginn aber wirklich signifikant ist diese unterstützung natürlich nicht also mal schauen was passiert gegebenenfalls gehen wir heute am nachmittag noch mal online ich sage erstmal danke fürs dabei sein nachher wie gesagt aufpassen was wir zum euro est oder noch machen ich wünsche ihnen erstmal viel Erfolg beim heutigen angriff an die märkte und bis später wenn sie mögen ihr christian kämmerer und tschüss